Was haben wir denn noch? Kann man das nicht irgendwie... Ach, ich will doch nur einen Raum haben, so klein. So, jetzt brauchen wir Schafe. Haben wir die hier irgendwo? Es kann ja so schwierig sein, ein paar Schafe zu finden. Kühe... Keine Schafe. Keine Schafe. Da oben ist ein Schaf. Gut. Dann können wir ja gerade mal noch... ...Coupledstone abbauen. Der Boden muss ja auch fertig werden. Ach komm... ...Nä... 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 ...Wenn man denn eine Spitzhacke hat. Ansonsten geht das ziemlich schlecht. Ansonsten geht das ziemlich schlecht. ...Nä... 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 ich wollte ja unten im Schlafraum irgendwie Wolleboden machen aber es ist egal erst mal das Bett hinsetzen hoffentlich geht das jetzt gut ich nehme mal an das sieht so aus ok es hat funktioniert und ich glaube es sind keine Löcher mehr da die böse Creeper nach unten füllen könnten komm doch her das ist nett so Pfeile schnell klar wir haben ja keine so gut jetzt haben wir wenigstens ein paar Pfeile dann können wir den Bogen auch mal mitnehmen ein paar Pfeile das mit dem Köbisat her müssen wir glaube ich doch erst nochmal bisschen weiter zurück verschieben das ganze Eisen ist gerade weg fällt mir auf das ist ja jetzt mal richtig toll haben wir auch noch Eisenverlust gemacht ja ok ja ich denke ich mache mal hier an dieser Stelle eine Aufnahmepause und wir sehen uns ja in dem nächsten Part oder vielleicht dem selben Part je nachdem wie ich es halt schneide und ich renne halt die Part jetzt und stelle sie gleich hoch mach ich alles heute noch ähm ja ja wenn euch die Videos ja gefallen dann könnt ihr ja einen Daumen hoch machen und könnt mich ja abonnieren wenn ihr wollt ich freue mich über jeden Abonnenten und Freund und ja ja also bis zur nächsten Aufnahmepause bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann